Hey liebe Leute und Willkommen Oh das war vielleicht ein bisschen laut Oh da sind vielleicht ein paar Gegner Zurück Oh der ist vielleicht leer zu Let's Play James Bond Nightfire Für den Pizze Oh Gott Für den Pizze Pizze Okay wir sind immer noch in der Mission T- Wenn mich nicht alles täuscht Bam Okay Erstmal speichern Und beenden die jetzt aber höchstwahrscheinlich Im Laufe dieses Parts Und dann könnte einer der nächsten Beiden Parts vielleicht schon das Finale werden Ihr habt doch Hä Wo sind denn eure Waffen Hab ich die schon aufgehoben Hä Da ist ne P90 genau weil ne P90 will ich haben Fick dich Vielen Dank Geht unbedingt her damit Ich brauche ganz dringend ne andere Ah hier ich Hm die Waffen verstecken sich vor mir Und ich komm wirklich nicht ran Fuck you Aha okay Äh und der letzte wo ist von dir die Waffe Ja das ist jetzt wegen dem Ach leck mich Okay was solls So ähm Speichern Ich brauche Oh Gott wie ging das So ging das Ähm Ich brauche den So Oh An den Teil der Mission Muss ich ehrlich gestehen Erinnere ich mich fast gar nicht mehr Läuft Was ist Drake Was ist Drake Danke dass ich jetzt runter gefallen bin Hi Schlampe Äh Warum steht die da jetzt so Ah Ah Oh Gott Da hätte man mich ja mal kurz vorwarnen können Was ist mit dem da eigentlich falsch Hä Jetzt hab ich ganz schön viel Schaden bekommen weil ich darauf nicht vorbereitet Ja Ja Fick dich Ich brauche mal eben Heilung Hier war doch irgendwo bestimmt Heilung drin Ja genau Danke Äh Kümmer ich mich sofort drum erstmal Wow 7 6 5 War ich jetzt verloren Ja ich bin gestochen Ja ich wollte mich noch heilen tut mir leid Hm Das hat nicht so gut funktioniert Ähm Ich finde das irgendwie lustig wie der da so rennt Okay also muss ich mich ein bisschen beeilen Ja diese Sequenz können wir jetzt überspringen glaube ich Aber ich weiß gar nicht wo ich dann hin muss ich würde bestimmt so einen Anzug holen Schnell Okay speichern Äh wo muss ich hin Da hinten ist so ein Anzug Lauf Ah Warum geht es nicht auf Was muss ich denn machen Ah ok Countdown Ok go 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 Äh Äh Ja weh 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 Ich will so einen Anzug Ne weh gib 4 3 4 5 Hä Achso muss ich mich da einfach nur rein stellen Kann das sein Das kann vielleicht sogar wirklich sein Hm Wer schießt denn hier eigentlich Da Ich verstehe gerade das Ziel hier nicht ganz Wir gehen in den Countdown für letzten Shuttle Start Für letzten Shuttle Start Doch Da muss ich hier doch einmal rein Und mir so einen Anzug nehmen oder nicht Aber ich kann nicht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 5 5 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 Fuck you. Na gut, dann nehme ich mir die Heilung aus dem anderen... Ach doch, die muss ich mir ja nehmen, weil der Raum ist dann verschlossen. Hm. Was mache ich denn gegen die Ninja-Typen? Vielleicht spreng ich die einfach weg. Habe ich denn noch eine Sprengwaffe? Habe ich gar nicht. Oh, aber das hier, das könnte echt hilfreich sein. Da liegt sogar... Nee, mache ich nicht. Okay. Warum auch immer ich dann nach draußen teleportiert werde hier. Ja, ich habe auch eine Überraschung für dich, nämlich dass deine Wichser hier gleich sterben werden. Der lebt immer noch. Mann, fick dich. Kann ich mal kurz bitte chillen? Nein! Nein! Dann lasst du doch mal... Ah, okay, einer ist wieder tot. Echt, man hat ein bisschen zu viel... Zu wenig HP für zwei, finde ich. Nein, 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 ich muss mich heilen. Nein! 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 Da ist auch noch keine Heilung drin. Ah, wie äußerst ätzend. Das ist aber wirklich mega nervig gerade. Ach so, den gibt es ja auch noch. Ja. Okay. Ah! Wie äußerst ätzend das gerade ist? Ah! Zehn. Neun. Hatt. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Fünf. Okay, nochmal. Wir probieren es einfach nochmal. Das gerade habe ich doch auch noch geschafft, weil der eine so rumgebackt hat, dass ich den da einmal festsetzen konnte. Das geht jetzt gerade scheinbar schon wieder. Nein, nein, ich habe die nicht nachgeladen vorher. Nein! Das ist echt... Gegen zwei von denen ist das noch nicht... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn sie sich nicht erinnern, wenn sie dann hier festmachen. Ich meine, schaut euch bitte mal auf meine HP. Ja, ich mache immer noch einen Shuttle. Danke für die Heilung. Dann sterbt mal schön, ihr Wichser. Die sollten ja jetzt theoretisch tot sein, weil die wird jetzt gerade mit dem Shuttle geflohen sein oder so. Ich bin schon wieder rausgeleportiert. Kiko darf nicht an Bord des Shuttles gelangen. Okay, wie verhindere ich das? Vermutlich muss ich hier hinterherlaufen. Da ist er. Ich würde sagen, ich komme zurecht. Ich würde sagen, ich komme zurecht. 670.000 Punkte, sehr schön. James, beim Abhören des Funkverkehrs über Drakes Com-System habe ich erfahren, dass seine Kampfdruppen die Verteidigungsplattform angenommen haben. Ein Teil der ursprünglichen Crew könnte noch am Leben sein, aber sicher bestätigen kann ich das nicht. Als nächstes würde die Raketen an Bord des zweiten Shuttles, das bereits angedockt hat, mit Atomsprengköpfen ausstatten. Ich habe keine Ahnung, wie sie das Ganze verhindern wollen. Ich schon. Also, ich habe auch keine Ahnung, aber James weiß das. Gut, damit sind wir in... Ich bin mir nicht sicher, ob es die letzte oder vorletzte Mission ist. Aber wir nähern uns dem Ende. Und da wir in einer neuen Mission sind, mache ich hier natürlich mal wieder einen... Cut. Tschüss.